Supergeil! Oh Gott, hallo. Pse! So, wir sehen, ob wir gleich die KI vielleicht so ein bisschen ausgetrickt kriegen. Wenn wir hier so um die Ecke gehen. Der folgt uns nicht. Auch keine Pfeile, Mist. Egal. Oh, hallo. So. Oh Gott, er hat eine goldene Rüstung. Mein Gott, das wird immer brutaler hier. So, jetzt möchte ich mal hier ihn hier machen. Goldene Rüstung. Ey, da hat der Geld. Dass ich's leisten kann, ne? So. Muss ich die Kugel jetzt hier an? Ey, hallo. Hallo, hallo. Da hab ich jetzt erschrocken. Ja, komm, ey. Ich krieg mir aber noch platt. So ist er nicht, ne? Ähm... Dann geht's wahrscheinlich hier noch um... Ah! Möchtet ihr hier? Zack. Ja, möchten wir. Und wir werden natürlich nicht gefragt, ob wir drehen möchten, ne? Nein, wieso auch? Toll. Jetzt können wir da reinkriechen. Ach so, geil. Sie verarschen. Hier aber wird alles noch voll mit Wasser. Bitte das Level verlassen. Schöner Fortschritt, den wir hier gerade im Moment haben. Der Hafen. Es ist wie eine Dämon... Es ist wie eine dämonische Krankheit. Jeder scheint verrückt geworden zu sein. Ich muss das Schiff ausfindig machen. Hey, stopp dich! Hey, du bist hier! Hey, du bist hier! Herkzam! Können wir nie stoppen! Puh! Ich bin wild geworden! Buh! Buh! So! Die sind ja noch ein bis hin, zack. Da ist auch platt. Ja. Gut. Ich bin hier schon ziemlich... Ach! das ist noch was. Ein Schlüssel oder so was? Ja. Schlüssel. Was könnte das denn sein? Ja, gute Frage. Frag ich mich auch. Hä? Was ist das für ein Film? Schreibt in die Kommentare, was war das? Das ist nämlich eine sehr gute Frage, die uns da dieser komische Typ stellt, dessen Namen ich manchmal wieder vergessen habe. Gott hat gar keinen Namen. Das erzählt alles aus der Ego-Perspektive. Dann kommt man jetzt wieder mit seinem Blockbrecher, oder was? Wenn er diese schnellen Attacken macht, also diese Attacken, die stark sind, aber lange brauchen, dann muss man ihn nämlich eingreifen. Das ist ein bisschen ein Schwachpunkt. Oh yeah. Zwei Pfeile. So. Ich drücke mal E. Soll ich da rein? Nein. Was? Na okay, ich brauche keine Heilsalbe. Von daher kann ich die Gäste da auch in Ruhe lassen. Okay, hier gibt's anscheinend ne alte... Ja, ne alte Mühle ist das. Klassiker. Okay, da darf ich anscheinend nicht durch. Dann gehen wir doch mal die Leiter da, oder die Treppe würde ja hoch. So. So. Was gibt's denn hier? Vielleicht könnt ihr's mit irgendwas blockieren. Vielleicht. Ich kann ich da auch mal zwischenhauen, dann... Nein, kann ich nicht. Ah, ein Pfeil vielleicht reinsch... äh, reinschießen. Das könnte's vielleicht sein. Ich versuche nur so einfach so'n Pfeil reinzuschießen. Ähm, nein. Ach Mist, ich will gar nicht... Ich will wieder zurück. So. Dann hol ich die Pfeile mal wieder. Achso, kommt da nicht hin. Egal. Wir haben ein paar Pfeile verschwendet. Was soll's. Sind aber anscheinend auch irgendwie voll die mächtigen Werkzeuge, die Pfeile. Die Tür sind nur Deko-Kisten, kann das sein? Ja. Kann ich da vielleicht durch? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte ich auch so durch können? Mhm. Achtung, Achtung, höchst sinnvoller Raum. Da muss ja irgendwas hier sein, eigentlich, ne? Theoretisch. Ja, wir konnten jetzt machen. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Spieß, Mann. Frag doch nicht mal nach. Dann komm mal hoch da. Ab durch die Tür und stecken wir den Spieß dazwischen. Hä? Wurde der Spieß jetzt reingepackt? Aha, ist klar. Wo ist denn der Spieß denn jetzt? Hat er den jetzt irgendwie... Ach, da unten hat er den reingetan. Achso. Natürlich kommen jetzt wieder Gegner. War ja klar, dass jetzt wieder Gegner kommen. Oh Gott, er kommt. Ah. Ah, nimm das. Verschwende die ganzen Pfeile an dir. Das wird total sinnlos, aber egal. Das wäre doch toll, wenn die mich jetzt mal runterlassen würden, weil aus der Höhe kann ich nicht eingreifen. Komm mal rein jetzt hier. So, dankeschön. Ich bin gleich der nächste wieder. Wie der ansteht, um ein bisschen verprügelt zu werden. Ich drück no Q, ich drück no Q. Und die Pfeiltasten. Juhu. Da flog er wieder und das schwert er auch. Zack, im Boden damit. Haha. Gut. Da geht's. Und ich seh dich. So, komm hier. Du hast wieder so'n mega Maka. Na komm. Zwei Heilsalben, juhu. Zwei Heilsalben, juhu. So, und dann... Speicher ich hier mal... Genau hier. Und... Ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal höchstwahrscheinlich wieder. Bei einem weiteren Part. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.